hallo in die runde danke fürs anschalten virtuell stoße ich mit euch ein auf ein neues 2023 auf neue projekte viel spaß neue videos und hoffentlich viel mehr abonnenten als dieses jahr ich wünsche euch dass ihr gesund bleibt in diesen zeiten nicht ganz unerheblich im gegenteil ist sogar das wichtigste was man haben kann hinter spiel nicht zu ernst beschwirt ein bisschen weniger und schaltet das handy vor allen dingen auch mal ab in diesem sinne euch ein frohes 23 keinen guten kater also eigentlich doch einen guten nein keinen kater und wenn ihr karte habt dann ist es auch so schnell vorbei sein in diesem sinne bis heute abend zum kriegsvideo macht's gut post 2023 tschüss